hallo leute willkommen zu einer neuen folge roblox diesmal befinden wir uns wieder auf einem tycoon zu einem fabrik tycoon wir bauen heute ein fabrik so weil das wird ein ziemlich kurzes video aber ein gutes video auch ja ein kollektor kollekt ist das ok ok oje wie weit die fahnen müssen die fahren kann wie weit nur acht roblox soll ich mir die starter backholen wer kommt ok wir spielen am wochenende das spiel auf jeden fall weiter da kommt zwei drei folgen über das ding hier weil für euch tut das mal hier start-up weg obermann nötiger um hier zu mir viel in der zion dann dann also ein was sage ich euch erst mal in die infrastruktur rück das war schon wir werden in der netten der dritten da hinten so dass es zuletzt auch ein paar die schwarzen gut kann man so manuell 1000 noch mal mit drei blöcken gleichzeitig noch mal jetzt kommen vier jetzt scherpert langsam noch mal noch mal hier noch mal das haben wir hinten noch ein dropper herr gut dann kann wie eine wand weg am hier ja okay das ist ja nur zum grundgestell wo 3.000 okay wir mal kaufen noch eins und noch ein noch geht doch kein zu nehmen da haben wir schon wir haben schon ein kredit aufgenommen von der bank den zahlen wir natürlich bin zurück haben wir schon mal oh ja ist stark das laufband tausend fünfhundert ja okay komm na hör mal da ist ja nicht mal ein dropper dabei muss noch kurzer Geld abheben blubb wenn noch einmal drüber laufen so sehr schön jetzt 3.000 Euro kostet ja okay hier hier so wie es haben willst da fallen die Würfel alle so kann ich auch räumen drücken ja gut wir haben wohl noch ein paar Welten vor uns weil weil wir haben noch drei stück haben noch vor uns können wir das machen oh hinten den diamant dropper ja ich verstehe ich verstehe so wir kommen erst mal dieses granit ding was machst du oh der sponnt den großen Würfel oder komp ein großer Würfel können äh hallo hallo Würfel ah ich wurde nicht gestört hm ah jetzt ja ja oh dann will er zu viel gehabt ganz wie klein da geht mit hier in die Produktionsstraße blub 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 okay das bringt einiges heben wir ab noch mal mehr bekommen schön drücken wir einmal einen Knopf hier der Pfaffel kommt einmal da raus heben wir nochmal ab haben wir jetzt hier noch ein diamant dropper ja gut dann kauf mir die Wände Jo grüne Wände oh warte mal wir haben draußen einen dropper oder nee warte was ist das vier Reboot Platin ah nee so weiter ist immer noch nicht hier und die anderen so ja ist okay nochmal drücken so nee jetzt glaube ich das mal nicht noch noch ich war mal kurz auf 10.000 weil dann holen wir uns noch den nächsten Upgrade und den letzten hoff ich auch so all die Folge die ihr die ich jetzt aufnehmen ist dann für die Leute die ich früher noch was gucken zum Beispiel mit einer Kollege der guckt man schon früh meine Videos hier könnt ihr auch ihr anderen auch gerne machen wenn ihr euch früh langweilig ist könnt ihr gerne meine Videos auch gucken auch sehr interessant aber oh ja warte mal schön dafür dass wir jetzt kurz gespielt haben ein paar Minuten ziemlich schon sehr weit gekommen ich hoffe ja okay wir spielen auf jeden Fall noch weiter sage ich euch dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch vergesst nicht abonnieren und abonnieren und liken schau bei meinem Freund ähm game.me5 vorbei ich verlinke ihn euch unten auch und falls ihr das Spiel selber spielen wollt ähm steht er direkt als Titel da dann haust er rein bis zum nächsten Mal ciao Leute